Ich stelle euch heute mein klassisch gebundenes Kombi-Link vor. Vorteil von dem Vorfach ist einfach wirklich der harte, steife Part, von mir jetzt hier in dem Fall mit einer Schlagschnur gebunden, und der weiche Part vom Reflex vorne, der einfach den Haken eine schöne Agilität bringt. Zum Werfen würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Durch den schweren Putty-Teil kriegt das im Wurf eine komische Eigendynamik. Aber gerade wie hier jetzt mit dem Futterboot, oder wenn ich ein Boot ablegen kann, mittlerweile wirklich mein Go-To-Rig, weil ich einfach immer sicher bin, das Teil liegt sauber am Grund. In dem Fall mache ich jetzt für das Rig ein 24er Hookbait. Da fange ich immer ganz Standard an mit dem Bekühler. Für das Vorfach, das ist wirklich für mich ein sehr robustes Vorfach, nehme ich das Reflex Carmo in 35 Lips. Da mache ich mir mal so grob 20 cm ab. Da fange ich ganz normal mit meiner Schlaufe an. Das brauche ich gar nicht abschneiden, das verschwindet eh im Hookbait. Kalte Finger. Stopper mit reinziehen. Dann nehme ich mir einen Rig Ring, das ist gerade ein bisschen blöd, weil ich es unzauber abgeschnitten habe, geht aber drauf, lasse ich mir dann so her schleifen. Wie gesagt, das Jahr habe ich eigentlich auf all meinen Rigs Curve Schenk in 4 gewischt, bei dem Rig auch, den fädle ich einfach hier so mit auf, hat den Vorteil, ich kann dann gleich erstens die Position bestimmen, da wähle ich grob hinterm Widerhaken, das ist ein bisschen Übungssache, ich weiß, das ist jetzt so doof, aber das Feeling ist für mich genau richtig, dass der Haarabstand stimmt, da schlaufe ich dann einmal ein, Vorfieh-Effekt, ey, muss ich mit dem kalten Finger noch gar nicht so einfach, hole mir das wieder hoch, anfeuchten, gehe da einfach durch, ziehe mir das so fest, dann habe ich gleich mal einen richtigen Haarabstand für den 24er Boilie, man kann jetzt aber hier aber auch mit Gefühl noch verlängern oder kürzen, je nachdem wie man möchte, wie gesagt, so ist es für mich perfekt. Dann gehe ich von hinten durch vorne durchs Öhr durch, ziehe das in Position, halte alles fest, schön straff, 6 Picklungen, nochmal anfeuchten, von hinten nach vorne wieder durch. Das ist jetzt eigentlich ganz basic, wie ich meinen Blow-Back-Rick-Fisch, ich ziehe jetzt schon mal ein Stückchen Schrumpfschlauch mit auf, wähle ich auch immer so grob, einen Zentimeter bis eineinhalb, Position, aber das ist, wie gesagt, das mache ich dann später eh unter dem Wasserschlauch, würde aber so sitzen, so worauf es mir jetzt eigentlich ankommt. So ein weiches Vorfach ist schön, ich liebe es. Ich zeige erst mal, wie ich weitermache. Ich nehme hierfür mittlerweile Schlagschnur, die 057er, das ist die gleiche Schlagschnur, wie ich eigentlich auch als Schlagschnur verwende, logischerweise. Dann mache ich mir jetzt auch mal grob 20 Zentimeter bis 30 ab, dann hat man hier die Schlagschnur und was ich jetzt mache, ich knicke die Schlagschnur ungefähr, ich schaue mal schnell hier und lasse grob 5 Zentimeter überstehen, hier in so einen Knick rein. Was ich jetzt mache, ich halte, also lange Stück geknickt, ich halte das Ganze mir hier so und hole mir jetzt hier meinen Blow-Back-Rick ab, lege das hier rein, die Öse, dass ich hier wie eine Öffnung habe. Jetzt positioniere ich schon grob meinen Abstand, ich wähle hier immer so 3 Zentimeter, das verlängert sich dann noch beim Zusammenziehen. Halte mir das Ganze hier fest und jetzt mache ich hier 10 Wicklungen nach oben, 7, 8, so, schaut jetzt hier so aus. Dann gehe ich wieder grob 3 zurück, wie gesagt, das ist leider jetzt ein bisschen doof zu zeigen, weil man echt viel festhalten muss. Und dann gehe ich in den gleichen Winkel, wie gesagt, das Vorfach kommt jetzt von unten nach oben rein, das heißt ich gehe auch von oben nach unten wieder durch. Schaut dann so aus. Jetzt schön befeuchten, dann lässt sich das Ganze vorschieben. Das muss man im Vorfach erstmal ein bisschen ziehen. Am überstehenden Ende ein bisschen ziehen, ein wenig schieben. Wie gesagt, später ziehe ich das Ganze mit dem Puller nochmal fest. Aber lasst den Knoten erstmal so stehen. Wie gesagt, ich habe jetzt 3 Zentimeter ausgesucht gehabt und durch die ganze Zusammenschieberei sind wir jetzt ziemlich genau bei 5 Zentimeter. Das ist eigentlich der Part, den ich auch so haben will. Jetzt messe ich mir das Ganze hier nochmal ab. Das Rig mag ich tatsächlich auch ein bisschen länger. Da gehe ich jetzt auf 22, lege mir hier eine Schlaufe, wie man es halt kennt, werfe die Schlaufe und jetzt kommt die 8er Schlaufe, sprich ich verdrehe das Ganze noch, halte es jetzt fest und nehme jetzt in dem Fall auch wieder eine Nadel, um es zu erleichtern. Gehe hier durch. Ist bei der störrischen Mono am Anfang noch ziemlich schwierig. Anfeuchten. Oben in die Schlaufe, hier in den Haken und dann strecke ich beide Knoten. Hier gehe ich auch noch mal kurz mit der Zange mit ran. Jetzt hat man es gesehen, dass sich der Knoten schön zusammengezogen. So. Das ist im Endeffekt schon das ganze Vorfach. Jetzt schneidet man sich hier die überstehenden Enden ab. Ich schneide sie auch tatsächlich gar nicht so kurz ab. Ich lasse jetzt hier, was wird das sein. 3, 4, 5 Millimeter lasse ich überstehen. Hier, jetzt kommt die andere Mono mit vor. Hier das Gleiche. 3, 4, 5 Millimeter überstehen. Da kommt dann eh noch Putti drauf, dass es sauber ausschaut. Hier die gleiche Geschichte. Abschneiden. Und fertig ist eigentlich schon das Kombi-Rig. Wie gesagt, den Part, ich bin einfach Schrumpfschlauch-Fan. Das tue ich jetzt noch unter Wasserdampf schrumpfen. Hier kommt dann wieder das Standard Putti mit rüber. Das ganze wandert jetzt noch in meinen RIG-Case. Deswegen verzichte ich da jetzt noch drauf, weil ich einfach nicht möchte. Im RIG-Case klebt das immer so blöd. Das mache ich wirklich erst kurz vorm Angeln. Und hier hinten. Auch von Fox eine Perle. Ziehe ich einfach, stecke ich hinten dann mit drauf. Der ganze Part sichert dann meinen Quick-Change zum Überschieben. Das ist hier mein klassisches Kombi-Rig, wie ich es gerne fische. Ist ja mittlerweile sehr in Mode, die Parts auch zu crimpen. Ich bin eigentlich ein Fan vom Crimpen. Jetzt wie zum Beispiel beim Spinner-Rig, wo dann ein Wirbel in den Crimpen läuft. Da habe ich wirklich vollstes Vertrauen dazu. Das RIG habe ich aber jetzt zum Beispiel auch am Rainbow oder wirklich hartes Hook-and-Hold-Angeln geangelt. Und ich bin einfach der Meinung, dieser Knoten hat einfach mehr Zuglast als beim Crimpen. Ist gar nicht das Crimpen die Schwachstelle. Aber wenn man jetzt hier ein dünnes Geflecht in dieser Monoöse laufen hat, habe ich schon erlebt, dass es dann quasi die Monoöse wie durchgeschnitten hat. Ist auf jeden Fall die schnellere Möglichkeit. Das ist die aufwändigere. Und man kann die vordere Sektion leider auch nicht tauschen. Mir gibt es einfach mehr Vertrauen. Ich habe jetzt das Putty. Wie gesagt, mit dem Putty verstecke ich meinen Knoten. Einfach nochmal wie eine Art Knotenschutz. Und die Haken-Drehung ist halt, ich kann es jetzt leider schlecht zeigen, aber im Endeffekt so wie es jetzt hier ist. Das Blei zieht nach unten, dreht den Haken schön, schön aggressiv. Vorteil von dem Rig, wie gesagt, ich habe jahrelang nur weiches Vorfach geangelt. Hat auch immer super funktioniert. Vorteil ist halt einfach der, wie man hier schon sieht, das Ganze arbeitet dagegen durch den steifen Part. Und wenn ich jetzt in kleinen Krautlücken angele und wirklich die Route jetzt halt nicht sicher mit gestrecktem Vorfahren nach unten führen kann, sondern ich sage jetzt einfach mal mehr den ganzen, das einfach halt runter droppt, weil es halt schnell und die Lücke klein ist, bin ich mir einfach immer sicher, dass dieser harte Part hier in meiner linken Hand, wäre jetzt halt der Safety Clip, halt wirklich der Part hier gestreckt ist und dann das Rig da liegt. Hat mir das ja viele gute Fische gebracht, ist eine Abwandlung und würde ich auf jeden Fall so empfehlen zu testen.